Hallo und Willkommen zu WWE 2K20 Showcase Mode The 4 Horsewomen. I've always been a huge fan of WWE ever since I was young. I loved Lita especially. Tough, fierce and not caring what anyone thought. I was like, that's gonna be me. I remember watching Eddie Guerrero fly through the air. And I was thinking, I'm gonna be that someday. I love the women's vision, but I also grew up idolizing WWE superstars like Macho Man, The Hardy Boys, and Kurt Angle. Even though my dad was the nature boy of Ric Flair, I wasn't immersed in the world of sports entertainment until later, when I found my way to WWE. It was there I met amazing women who were determined to kick down doors and push the women's division into the spotlight. We wanted to change the face of WWE, not just the women in WWE. We pushed each other, we made each other better. We wanted to make a name for ourselves. And we got a name alright. The 4 Horsewomen. We got a name again. I got a name. I got a name. We got a name. Da steht es auf WWE NXT TakeOver vom 29. Mai 2014 für die NXT Women's Championship. Ich habe mich in meinem ersten NXT gegen Bayley gegeben. Meine Frau, Charlotte. Die Frau von einer der großen Icon in der Geschichte von Sports Entertainment. Und ich habe sehr gut in NXT, aber ich hatte noch etwas zu tun. Ich hatte noch eine eigene Rolle als die Gegenwart. Und wenn ich sah, ich war gegen Natalya, ich endlich hatte die Möglichkeit. Natalya kommt von einer langen Linie von WWE Superstars. Und sie hatte ihren Uncle Bret Hart in Ringside. Also habe ich meinen Vater gebracht. Nicht nur für den moralen Unterstützung, aber auch weil ich ihn da wollte, um mich den Familienlegate zu sehen. Um zu stehen und zu prüfen, dass ich den Namen wert war. Also ja, es gab keinen Weg, dass ich dieses Spiel verlieren würde. und verletzte ihre Arme. Okay. Das gilt als verletzende Arme. Äh, komm mal her. Ich bin noch nicht fertig. Natalya, bitte. Danke. So. Ach komm. Stopp. Ziel abgeschlossen. Äh, greife Natalya im Ring mit deinem Schlag nach vorne aus zum Standort. Okay. Oh. 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 Weeeee. Oh, rollup. Fan, Scooboy, kann rollup. Hu. Charlotte, cutting Natalya off. Just taking a beat to Natalya. Woo. Haha. er hat das ist ein bisschen aus nachhaltig sein für ein bäckchen Prozent von der Kürzler aus ach da Prozent mit mit der Klinik er hat ein Zeichen er hat sich die die mit mit disagree die 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 okay jetzt backpacks und Teilzeit damit er ja für den Köln Prozent der Fall der Weg bis sie mit Schraub hier Ss und da war und Nein. Wie in Natalia im Ring schauen zu. Okay. So. Und jetzt mal ein Signature. Da. Für gegen Natalia. Äh, halt da im Kopf, das gibt es noch so. Ja. Dürf die nach vorne blicken in Natalia dreimal, wenn sie... Achso, betäubt in der Ecke. Ja gut, äh... Das hättest du nicht daran sollen, Natalia. Ja. Eins. Zwei. Nein, das hättest du nicht. Äh... Mach ich gerne. Mach ich gerne. Ui. Oh, Gott. Oh, vorn. Und da ist Schalte von Boden. Und jetzt geht Natalia wieder raus, okay. Oh. Was soll das werden, wenn's fertig ist? Aua. Das sollte das werden, okay. Da hat ziemlich komisch aus. Ja, ja, ja. Äh... Im Ring schauen zu, okay. 1992. In einem Körner du siehst die Exzellenz der Exekution. Er klaimt, dass er der Beste ist, der Beste war und der Beste er ever will. Aber Ric Flair, ein 16-Times-Welt-Champion. Redheart, ein 7-Times-Welt-Champion. Oh, nein. Ich bin dran. Oh. Crossbody. It's been an elation. Oh. Oh, immer noch nicht. Aber Rob. So. Was jetzt, äh, für Devin Mützelz. Lass mich grad. Das ist Natalia. Nein. So. Jetzt aber. Hui. Oh. Das ist so blöd. Oh. Das ist so blöd. Nein. Zwei. Und nein. Oh. Schärfschützer. 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 Schärfschützchen. Tut mir leid. Oh. 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 Im Ring. Ah, ah. Der hat immer auf die Mathegau. Sie ist kein Berthaar. Natalia. Ja. Ah, Figgerfrau! Das reicht noch nicht! Nee! Nee! Oh! Und ein schöner Slap! Oh! 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 Oh, Road Break! Okay, was wird das? Das sieht nicht wirklich besonders schmerzhaft aus, aber... Was haben wir, du? Was meinst? Ja, alles, du. Rattalja? Äh, greifen die Rattalja an, um die Gesellte, die auch Beine in den roten Bereich zu bringen. Okay. Oh, das ist, was wird sein. So, nicht ihre Beine! Ja! Ja! 4-4-4! Ja! 4-4-4! Ehm... 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 Und mich kontern! So wie es sein soll! Und mich kontern! Nein! Nein! So! Ich will noch mein Big Boot zeigen! Bleib doch! Bleib doch! Da ist er ja! Save! So! Oh! Oh! Scharpshooter! Scharpshooter! Und Charlotte! Und da guckt sie auch noch Pölkart an! Ein bisschen jünger aufs Situation! Bestwunder fliegt! Können mir nichts vorstellen! Oh! Durchgerollt! Und ein Scharpshooter von der Teller! Nein, dann ist! Oh! Oma für Seleн! Eins! Zwei! Drei! Eee! Schandi hat gewonnen! Und Riccler ist der Windmüde! Ja! Ja natürlich, er sieht aus dem Haus aus dem Ostern, der ist auch nicht Windmüde! Das hast du nicht gesehen, Paron! Ja, das war schön und toll und super. Ja, wir haben alles erreicht. Und, äh, verlassen, jetzt mal. Und? Und, dann, äh, in der nächsten Folge haben wir Sasha Banks gegen Becky Lynch gegen Charlotte Flair gegen Bayley von NXT TakeOver Rivals. Fatal Forward Match für die NXT Women's Championship vom 11. Februar 2015. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.